Hey meine Gaming-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen, kurzen Video. Und zwar, ich habe endlich eine neue Playstation, heute ist ja Ostern. Und ich habe für Infinity 2.0 diese Killer-Figur bekommen. Ja, sie heißt... Das ist Phenomen, also das Gegenteil von Spider-Man. Hier war noch eine coole Karte dabei. Hoppala, mit Code, mein Code. Mit Code, mein Code natürlich. Und hier, ganz cool. Er ist vom Element Spinnen. Okay, morgen gibt es das erste Video von mir. Und ich werde hiervon noch... Wartet. Hiervon kaufe ich mir noch einen Skylander. Und noch einen... Kaufe ich mir... Na, kaufe ich mir Traps natürlich. Traps, 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 Traps. Kaufe ich mir Traps. Traps, Traps, ja Traps. Und, ähm, ja. Oder... Nein, kaufe ich mir Skylander, die ich nutzen kann. Und morgen stelle ich die euch... Morgen stelle ich die euch dann vor. Tschüss! 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 Tschüss!